Nein! Geh weg! Geh weg! Oh, das war klar. Sie sind voll süß, die Schweinchen. Kommen wir jetzt hier einen roten Edelstein oder nicht? Ja, hier brauchen wir einen roten Edelstein. Gut. Das wird hier noch ein Fest hier der Trillik zu holen. Aber hier ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie in dem anderen Level. In dem anderen Kacklevel sind nämlich die scheiß... Fuck you! Sind nämlich die anderen... Die Schildkröten. Das ist dezent ätzend, weil die irgendwie... Wenn man vom Boden aus auf die drauf springt, dann springt man von denen nicht so hoch ab, als wenn man nochmal von denen... Von denen, also nochmal, ne? Weiß Bescheid! Tafna! Äh, Dennis war da, wo die Enten hingeschwommen sind. Ich mag das Geräusch. Die Stick. Die Stick. Die Stick. Das Entenvideo war cool. Ich fand das Geräusch von den Enten auch voll süß, irgendwie. Vor allem sahen die auch voll komisch aus, die Enten irgendwie so. Also... Sonst sieht man ja immer so Stirn und Schnabel, aber das lief bei denen irgendwie so zusammen. Keine Ahnung, das ist irgendwie komisch. Wie? Oder war das hier schon mit den... Ne, das war hier nicht. Gut. Hätten wir das auch geschafft. Ja, ist gut. Tafna. Was kommt denn jetzt für ein Level? Kann ich jetzt nicht mal irgendwie noch so in so ein Wildschwein-Level kommen? Bitte. 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 Boulder Dash. Das ist auch okay. Hier brauchen wir aber den lilanen Edelstein. Schätze ich mal. Oder vertue ich mich jetzt mit dem Level? Stehe unten sogar mit dem lilanen Edelstein. Die kriegt die scheiß Flasche nicht zu. Und jetzt sieht voll lustig aus. Moment, jetzt muss ich mir das mal grad angucken. Ich finde das irgendwie lustig, so. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber es hört sich besser an. Und meine Wacke juckt. Aber ich kann jetzt nicht kratzen. Ich kann jetzt nicht kratzen. Das ist... Ach. Äh. Ach. 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 Aber... sagen. Oh, ein Leben. Noch ein Leben. Also, der Stein, der war mir eben gerade ein bisschen zu nah an mir dran. Hat mir nicht gefallen. Was? Warum? Das stimmt. Aber dann wäre ein Torner, glaube ich, einfacher. Obwohl der Lania macht mir eigentlich eher so die Probleme, das auszusprechen. Ach, keine Ahnung. So, warum bin ich hier eben gerade überrollt worden? Das ist die Frage. That is a question. Guck mit so nah. Guck doch mal. Warum? Was ist das für ein Scheiß? Ich laufe nirgendwo gegen, ne? Jetzt ist die schon wieder so nah. Oh, Alter. Fick dich mal, scheiß Kugel. Da heiße ich halt so. Sprinteln, ja, wenn das so einfach wäre. So, was haben wir jetzt? Ich weiß nicht, was jetzt für ein Level kommt. Wildschwein-Level, bitte. Bitte. Oh nein, Sunset Vista. Wildschwein-Level, bitte. Können wir hier sterben? Oder geht's hier nur drum, den Cortex-Kopf zu kriegen? Ein bisschen. Fick dich, Mann. Man muss mich ja für euch extra hübsch machen. Ja, danke schön. Danke schön, Lars. Also geht es hier nur darum, den ollen Cortex-Hop zu kriegen. Das ist schön. Da war doch ein A-Code drin, okay. Ist der noch da? Haha. Das ist schön. Pizza? Pizza. Pizza ist gut. Boah, sag mal was los hier. Pizza als Make-up, einfach mal irgendwie, was weiß ich. So eine Doppel-Käse, einfach so. Oder ohne Käse, dann halt einfach nur mit Tomatensauce. Ja, das war, das war klar, war, war klar. Ja, Pizza wäre jetzt geil, aber die gibt's morgen, wahrscheinlich. Also morgen wollten wir irgendwas bestellen. Heute Abend habe ich noch irgendwie so fertigen Kraussalat mit so ein paar Pusenstückchen drin. Das muss reichen. Pizza perversum gibt's hier leider nicht mehr. Die machen die hier anders, die perversum. Ich glaube, da sind hier noch Hähnchenstücke oder sowas drauf. Ja, hoffentlich bis nachher, aber schon mal Dankeschön, dass du da warst. Gute Besserung. Also ich hatte vor eigentlich, auf jeden Fall jedes Level schon mal durchzuspielen und vielleicht schon mit den Relikten anzufangen. Beziehungsweise erstmal den Rest an Kisten holen, wo es noch Bedarf ist und ähm, also ist glaube ich noch ein bisschen. Ich hab 68 Leben, es sind keine 69. So, jetzt aber mal langsam hier. So. Stimmt, hier habe ich mir der Zeit so Probleme gehabt, da bin ich hier an der Stelle voll aufgestorben, weil der irgendwie hier an der Kante abgerutscht ist, der Wichser. Ich mag das nicht, dass die so rum sich drehen. Ah. 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 So. Da bist du. Komm her. Los. Hopp. Ich dachte, ich würde die andubsen. Ich sollte bei allen Kisten, die so sind eigentlich vor sichshalber drehen. Jetzt habe ich 69 Leben. ich finde das doch cool wenn die irgendwie dann so ein lachen oder sowas von dem käme